Das Haushaltfachgeschäft Josef Giger AG ist 40 Jahre alt. Wir sind ein Fachgeschäft mit Vollsortiment im Haushaltbereich. Wir sind stark auf der Beratung und im Fachwissen und sind mitten im Städtchen und nach Zuhause. Wir führen ein Vollsortiment an Haushaltartikel. Das heisst, wir verkaufen schönes Porzellan, Geschirr, Besteck, wir haben Elektrogeräte. Wir sind fünf Mitarbeiter, davon eine Lernende. Ich habe den Branchenhaushalt ausgewählt, weil ich den Laden auch schon von früher noch kennengelernt habe, wo ich mir mit meinen Eltern posten kann. Dann habe ich die Möglichkeit, zu schnuppern zu gehen. Das hat mir dann sehr gut gefallen. Das ist der Mittelpunkt vom Aufbau her. Und nachher alles rundherum müssen wirken, was so viel dazupasst. Mir gefällt vor allem der Kontakt zu den Kunden. Und auch die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, weil wir ein grosses Sortiment haben. Und das macht das Ganze sehr spannend. Ich denke, dass man über die Produkte selber so viel und vertieft auch Sachen lernt. Das ist der beste Eingerastet. Unsere Lernenden nehmen sicher sehr viele Fachkenntnisse mit, die sie an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort wieder sicher sehr gut einsetzen können. Die Verantwortung lernen zu übernehmen. Selbstständig arbeiten lernen sie sicher sehr bei uns auch. Sie lernen bei uns nicht nur den Verkauf und Beratung, sondern bei uns haben sie auch Einblicke in die Lagerbewirtschaftung. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für die beste Ausbildungsbetriebe 2016, Fachhandel Haushalt. Es bestärkt uns, dass wir da drin sicher weitermachen. Und es ist eine Anerkennung für unsere Arbeit als Lehrlingsausbilder. Nach dem Lehrabschluss weiss ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich will mich zuerst auf die Lehrabschlussprüfung konzentrieren.